Guten Morgen Deutschland! Was für eine Empörung! Das ist einfach unglaublich, diese Empörung über den Genesenen-Status, der einfach mit einem Handschlag mal eben von sechs auf drei Monate geändert wurde, liebe Leute. Und gestern trafen sich die Länderchefs und da wurde abgestimmt, dass man das wieder zurücknimmt. Und was glaubt ihr, wie die Empörten, die in den letzten Tagen sich in den Medien so aufgeregt haben, über diesen Alleingang des RKI und Herrn Lauterbach, was meint ihr, wie die sie entschieden haben? Ja, mit zehn zu sechs Ländern, dass der Genesenen-Status drei Monate so bleiben wird. Also Moment mal, warum habt ihr euch dann empört? Ja, die Begründung ist ganz einfach. Man möchte ja jetzt kein Hin und Her, nicht wahr? Das würde ja euch verwirren. Ach so, ach so. Ja, liebe Leute, beste Politik, beste Corona-Politik in Deutschland aller Zeiten, wissenschaftlich begründet, keineswegs. Nein, ich bezeichne es einfach mal als Faulheit und Empörung ist ja so toll in Deutschland. Übrigens hört ihr diese laute Empörung von der Frau Innenministerin heute Morgen. Ja, von der, oh, das ist ja unglaublich. Ja, man kann diesen Urschrei aus Berlin regelrecht hören, ja. Wie kann es denn sein, dass da Menschen sich an verschiedenen Orten versammeln gestern, ja. Ach, das waren ja gar nicht die Spaziergänger. Ach, stimmt ja, nein. Ach, da ging es ums Klima. Ach, deswegen hören wir nichts, ja. Diese Empörung, liebe Leute, das ist ein Träumchen. Und auch diese Empörung heute Morgen vom Herrn Trittin auf Twitter wieder, der dann erstmal wieder hergeht und Spaziergänger pauschal als Nazis tituliert. Ja, diese sogenannten selbstverliebten, moralisch überlegenen, guten, angeblichen Demokraten und ihre Empörung. Es ist ein Traum im besten Deutschland aller Zeiten. Und ihr da draußen gestern Abend habt wieder mal einen Riesenjob gemacht. Ja, es war super. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken bei meinem Gast nochmal gestern in meinem Live, mit dem ich dem Herrn Krah. Wir sprachen gestern über die EU. Wir sprachen über die NGOs. Wir sprachen eigentlich darüber, wer die Politik in Brüssel macht. Und ich kann es euch nur empfehlen. Schaut euch nochmal das Live von gestern Abend an, wer es noch nicht gesehen hat. Team Heimat Live. Und dann sollte eigentlich so einigen da draußen klar werden, was hier die Politik macht und was oder wer nicht. Diese empörten, selbstverliebten, sogenannten, moralisch überlegenen Demokraten, die sich gerade empören über den genesenen Status und natürlich nichts machen. Oder sich darüber empören, dass Spaziergänger an verschiedenen Orten spazieren gehen. Aber wenn dann die Klimaaktivisten an verschiedenen Orten ganze Autobahnen stilllegen, sodass die Notärzte nicht mal mehr durch können. Nein, das ist alles gut. Im besten Deutschland aller Zeiten. Kann man mal drüber nachdenken, liebe Leute.